herzlich willkommen zu meinem erklärvideo aus der reihe geschichte kurz und einfach erklärt heute geht es um das kapitel frühkapitalismus verlagssystem und merkantilismus im zusammenhang mit dem thema neuzeit wie immer findest du in der video beschreibung hinweise wo du den text beziehungsweise das kriptum zum video und übungsmaterialien finden kannst das video auch anhalten neu starten oder zurückspulen kannst wirst du ganz nach deinem eigenen tempo die inhalte sicher gut verstehen können frühkapitalismus verlagssystem und merkantilismus ab den 13 jahrhundert kam es ausgehend von regionen in norditalien und flandern zu einer zunehmenden bedeutung von geld und produktionsmitteln wie zum beispiel maschinen werkzeugen rohstoffen gegenüber dem bisher besonders bedeutsamen grundbesitz die unternehmer erkannten dass sie vermögen besser durch den handel und die produktion von gütern mit hilfe des kapitals also geld und produktionsmitteln vergrößern konnten als ausschließlich durch landwirtschaftliche tätigkeit dieser veränderungen bis zum ende des 15 jahrhunderts wird das frühkapitalismus bezeichnet beim sogenannten verlagssystem kauften die verleger rohstoffe diese von mehreren handwerkern in heimarbeit zu fertigen produkten den fertig waren verarbeiten ließen die handwerker die sich nicht die rohstoffe leisten konnten hatten so die möglichkeit ihren lebensunterhalt zu verdienen diese waren verkauften die verleger mit großem gewinn an ihre kunden im nah oder fern die handwerker wurden dadurch von den verlegern abhängig das verlagssystem entwickelte sich mit dem beginn der neuzeit ab 1500 und erreichte seinen höhepunkt im 18 und 19 jahrhundert während in den dörfern des mittelalters der tauschhandel die sogenannte tauschwirtschaft noch sehr lange verbreitet war wurden in den städten gegen ende des mittelalters waren zunehmend mit geld bezahlt man spricht von der sogenannten geldwirtschaft hinderlich für die damalige geldwirtschaft war das in vielen größeren städten mit unterschiedlichen geld münzen beziehungsweise währungen gezahlt werden musste um in einer anderen stadt bezahlen zu können mussten die menschen ihre eigenen münzen gegen die in dieser stadt erlaubten geldstücke bei einem sogenannten geld wechsler gegen bezahlung eine gebühr eintauschen spricht vom vorgang des geld wechseln und um die schweren silber und gold münzen nicht über weite entfernen transportieren zu müssen wurden sogenannte wechsel erfunden die kaufleute die kaufleute zahlten in einer stadt einen geldbetrag an eine bank eine sogenannte geld wechselstube als bestätigung für die einzahlung wurde vom mitarbeiter der bank das sogenannte geld wechsler gegen zahlung einer gebühr dem händler eine urkunde ausgestellt der sogenannte wechsel bei diesem wechsel konnte der kaufmann in eine weit entfernte stadt reisen und bei der dortigen bank den wechsel gegen das vorher in der wechselstube eingezahlte geld eintauschen die immer reicher werdenden kaufleute und besitzer von banken die bankers erhielten immer mehr einfluss auf die damaligen städte und staaten bekannte beispiele für familien von händlern und bankers des 15 und 16 jahrhundert sind die fuga in der deutschen stadt augsburg und die medici im italienischen florenz frankreich hat im zeitalter des absolutismus das heißt im 17 und 18 jahrhundert aufgrund der aufwändigen hofhaltung der verwaltung und armee einen besonders großen der absolutistische könig ludwig der vierzehnte versuchte mit seinem finanzminister schon baptiste colbert in einem besonderen ausmaß die wirtschaft frankreichs allein zu lenken und damit wesentliche entscheidungen selbst zu treffen die zentrale steuerung der wirtschaft wurde als so genannter merkantilismus bezeichnet zwei hauptziele des merkantilismus waren die inländische produktion möglichst vieler hochwertiger waren und die reichung einer aktiven handelsbilanz eine aktive handelsbilanz konnte dann erreicht werden wenn im eigenen staat der wert der importe also der einfuhren geringer war als der wert der exporte der ausfuhren um diese ziele erreichen zu können sollten einerseits wenn möglich nur günstige rohstoffe die im eigenen land nicht an oder abgebaut werden konnten eingeführt werden andererseits sollten möglichst viele fertig waren mit hohem gewinn exportiert werden der staat versuchte den export von rohstoffen zu verhindern und er warb kolonien um günstige rohstoffe nach frankreich importieren zu können und neue märkte für französische waren öffnen zu können die vom staat vorgeschriebenen löhne sollten niedrigere herstellungskosten ermöglichen eine voraussetzung dafür dass man den arbeitern nur niedrige löhne zahlen konnte war die staatliche vorschrift gegenüber den bauern nur niedrige lebensmittelpreise verlangen zu dürfen diese ausschließlich geringen verdienstmöglichkeiten der bauern führten immer wieder zu erfolglosen protesten und aufständen eine von mehreren maßnahmen des merkantilismus bestand darin die einfach von luxusgütern zu verringern und dafür selbst deren produktion zu erhöhen und diese schließlich selbst exportieren zu können die erhöhung der einfuhrzölle sollten importe verteuern und die abschaffung der binnenzölle also der zölle innerhalb frankreichs sollte die wirtschaft innerhalb des landes begünstigen der ausbau und die verbesserung von verkehrs wegen die straßen und kanälen sollte das ausmaß des innerfranzösischen warenverkehrs vergrößern um die kostengünstige produktion in frankreich erhöhen zu können wurden sogenannte manufakturen errichtet die manufakturen waren große handwerksbetriebe bei denen auf einzelne arbeitsschritte spezialisierte arbeiter in form der arbeitsteilung ihre produkte herstellten im gegensatz zu anderen arten von damaligen handwerksbetrieben wie dem verlagswesen war bei manufakturen für die arbeiterinnen und arbeiter die trennung von arbeitsplatz und wohnung vorgesehen die arbeiterinnen und arbeiter einer manufaktur wohnten also nicht im gleichen gebäude in dem sich auch die werkstatt befand wie es bei vielen kleineren handwerksbetrieben der fall war da die arbeiterinnen und arbeiter keine so gute ausbildung wie die handwerkerinnen und handwerker aufwiesen die vor einheimarbeit das gesamte produkt selbst hergestellt hatten erhielten sie noch geringere löhne dieser möglich ist den unternehmern die produktionskosten zu senken vielen dank für deine aufmerksamkeit im nächsten video geht es dann um das thema der aufstieg österreich zur großmacht erbfolgekriege und siebenjähriger krieg